Musik 2023 fand den Roten Turm zum 15. Mal ein Faschingsumzug statt. Mit vier Wagen zogen die Nahen dann durchs Dorf. Die Rotenturmer Altnoren machten Stimmung auf ihrem Wagen. Bei mehreren Stationen im Dorf wurde dann jeweils kräftig gefeiert. Wir waren diesmal bei der letzten Station mit dabei. Musik 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 Musik